FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir haben uns in den letzten Sendungen vor allem mit Marx beschäftigt und haben Engels etwas ausgeblendet, den Marx 1842 kennenlernte und seit 1844 verband sie eine lange Freundschaft. Dass er Kommunist wurde, obwohl sein Vater Mitinhaber der Firma Ermen & Engels in Manchester war, verdankte er tatsächlich einem Juden, nämlich Moses Hess, noch bevor er Marx kennenlernte. Von 1845 bis 1849 war er in Deutschland hauptsächlich politisch tätig und nahm am republikanischen Aufstand von Baden teil. Dann aber kehrte er nach Manchester zurück und arbeitete in der Firma seines Vaters und das auch, um genug Geld zu haben, seinem Freund Karl Marx seine Studien der politischen Ökonomie zu ermöglichen. Erst 1869 zog er sich aus dem Geschäft zurück und wohnte alsbald in London bis zu seinem Tode 1895. Edmund Silberner, den ich hier auch als Quelle benutze, weil er alle sämtliche Zitate von Engels ausgearbeitet hat, als Quelle und deswegen immer zitierenswert ist, zitiert er aus Abraham Keyens biografischen Notizen. Er war einer der Führer der amerikanischen Arbeiterbewegung. Glauben Sie, ich kann nicht Lashon Hagodesh, also hebräisch, also die heilige Sprache, auf Deutsch lesen. Nicht umsonst nennen mich die kapitalistischen Zeitungen einen Juden. Das sagte Engels, nachdem er Kahan einige Zeilen aus der New Yorker jiddischen Arbeiterzeitung vorgelesen hatte. Dies zeugt davon, dass er sich durchaus auch mit jüdischer Literatur auskannt und Silberner erwähnt Gustav Mayers Erwähnung von Studien, die sich auf die Juden in Deutschland bezogen. Gegenüber Juden bewies Engels eine gewisse Unvoreingenommenheit. Er mochte sogar einige Lieder von Karl Isidor Beck, fand aber Aufrufe an Baron Rothschild, die Welt zu erlösen, dagegen lächerlich. Nehmen wir mal ein Beispiel, so fand er naive, nette Sachen wie das Gedicht ganz nett. Die Woche flieht, die Woche bietet, nur fünfter Tage deinem Fleiß. O spute dich, du Atemloser, wirb, wirb, um deinen Tagelohn. Am Samstag will es nicht der Vater, am Sonntag will es nicht der Sohn. Aber seine Schilderung der wirtschaftlichen Verfolgung der Juden, Beispiel, sie gönnen dir keine Handgewerke, sie gönnen dir kein Ackerfeld, du darfst ja nicht zur Jugend sprechen, von eines Lehrers hohem Pfühl. Hielt er für liberal jungdeutscher Judensappel. Engels war also offen einerseits, aber dann doch zeitgeprägt ambivalent. Nachdem er Freundschaft mit Marx geschlossen hatte, war auch hinsichtlich der Juden mit Marx durchaus konform und er nahm sich selbst dabei gern zurück. Ein berühmtes Zitat in Zusammenverhältnis von Engels zu Marx. Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich gemacht war, nämlich zweite Violine zu spielen und glaube auch, meine Sache ganz passabel gemacht zu haben. Und ich war froh, so eine famose erste Violine zu haben wie Marx. Dies bezog sich auch auf die Kritik Marxens an Bruno Bauers zur Judenfrage. Von der Engels sagte, Deine Auseinandersetzungen über die Judenfrage sind prächtig und werden von ausgezeichneter Wirkung sein. Wir hatten ja ausführlich dargestellt, dass Marx nicht einem Antisemitismus frönte, der Juden als Urheber und Schuldiger am Kapitalismus ausgibt, sondern umgekehrt die Juden als erste ideologische Opfer des Kapitalismus ansah. Was so auch nicht stimmt, aber auch aus Marx noch keinen Antisemiten macht. Wenn auch von Marx Antisemitismus nicht zurückgewiesen wurde, den Antisemiten gern daran entdecken, um Marx als Ganzen dann dafür zu instrumentalisieren. Auch Kritiker des Antisemitismus tun manchmal auch dasselbe. Wir hatten das ja ausführlich schon diskutiert, wie das bei Marx aussieht. Auch Engels unterlag so einer Suggestion, der in Marx Kritik der Judenfrage drinsteckt. Jude wurde damals ja auch mehr oder weniger als Schimpfwort gehandhabt und Marx teilte diesen Zeitgeist ebenso nur, dass er den kapitalistischen Zeitgeist für das verantwortlich machte, den die Juden vor allem unterlagen, sodass er Jude im Sinne von Spekulant oder Financier verwendete, allerdings in Übersetzungen oder Zitaten etwa Fouillers. Engels nimmt das Quellenmaterial auch von Marx dann auf, worauf Silberner rechtens hinweist. In seiner Übersetzung Fouillers zum Beispiel nimmt Engels drei Seiten aus dessen Theorie auf, in denen die Juden oder Israeliten betrügerische Bankrateure genannt werden. In der Einleitung dazu bedient sich Engels keine antisemitischen Ausdrücke, distanziert sich aber auch nicht von Fouillers Sprache. Was er wohl getan hätte, wären sie ihm nicht genehm gewesen. Auch weist Silberner darauf hin, dass Jude auf verschiedene Arten von Tyrannen und Ausbeutern gemünzt wird und über Zitate dann so etwas wie diese Juden, diese Giftmischer hineinkommt, was zum judenfeindlichen Vokabular des Mittelalters eigentlich noch mehr passt. Und wir haben ja heute auch in Reden des Palästinenser-Führers Abbas so etwas wiedererkennen können. Engels ging sogar so weit, eine 1846 erschienes antisemitisches Flugblatt relativ affirmativ zu titieren, also im Northern Star, einem Schattistenblatt darüber schrieb, dass das Gesellschaftssystem Frankreichs von verschiedenen Teilen des französischen Volkes angegriffen wurde. Es hätte, so Engels, in Paris eine neue Art des Angriffs begonnen, die der Erwähnung wert ist. Ein Arbeiter hat eine Broschüre gegen das Oberhaupt des Systems geschrieben, nicht gegen Louis Philipp, sondern gegen Rothschild, den ersten König der Juden. Der Erfolg dieser Broschüre, sie hatte bis jetzt etwa 20 Auflagen, zeigt, wie sehr der Angriff den Nagel auf den Kopf getroffen hat. König Rothschild sah sich gezwungen, zu seiner Verteidigung zweimal in der Presse aufzutreten gegen die Angriffe eines Mannes, den niemand kennt und dessen ganze Eigentum aus den paar Kleidungsstücken besteht, die er trägt. Naja, da hat er sich etwas vergaloppiert. Silberner kommentiert, ob sich der Nagel auf den Kopf damit beweisen lässt, dass die Flugschrift ein Bestseller war, kann dahingestellt bleiben. Das anonyme Pamphlet hat nicht das Geringste mit Sozialismus zu tun, sondern eher mit dem, was die Verfasser des Kommunistischen Manifests als Kleinbürgertum zu bezeichnen pflegten. Es gab damals also eine Reihe von Vorläufern antisemitischer Flugschriften, die durchaus auf Engels und Marx wirkten, aber arm war der Verfasser des Flugplatzes überhaupt nicht, wie Silberner entdeckt hat. Es war auch kein Arbeiter. Der Verfasser, der sich hinter dem Pseudonym Satan verbarg, war ein Spezialist der Chronik skandalös. Es war Georges-Marie Mathieu d'Anwell, ein demokratischer Schriftsteller und Buchhändler in Paris, der in einem der besseren Pensionate Südfrankreichs aufgewachsen war. Von Neigung zum Kommunismus keine Spur. Engels Lobrede ist da wirklich sonderbar. Der Versuch, Antisemitismus zu instrumentalisieren für den Kommunismus, wird ja auch später noch Geschichte machen. Aber Engels' Quellen gehen auch in seine Terminologie unkritisch ein, wenn Juden als Händler und Wucherer erscheinen und den Juden unterstellt, das Monopol auf den Tausch von Ackerbauprodukten gegen Industrieprodukte zu haben. Wir finden also bei Engels schon einige Vorurteile, für die er sich wohl später schämen wird. Ich folge hier den Quellen und der Interpretation Silberners hinsichtlich von Engels, während ich seine Marx-Interpretation nicht so ganz teile, wie wir das auch bereits schon diskutiert haben. Aber als Quelle ist er ja auch auf jeden Fall zu begreifen. Das ist, wenn auch in geringerem Grade im ganzen Osten Europas, der Fall gewesen. Der Handwerker, der kleine Krämer, der kleine Fabrikant ist bis auf den heutigen Tag ein Deutscher in Petersburg. Pest, Yassi und selbst Konstantinopel, während der Geldverleiher, der Schankwirt und Hausiere, eine sehr wichtige Persönlichkeit in jenen dünnbevölkerten Gegenden, fast ausnahmslos an Jude ist, dessen Muttersprache in einem grässlich verdorbenen Deutsch besteht. Das war Engels. Im Westen hingegen gäbe es reiche Juden. In einer Darstellung der sozialen Neuerung in Preußen macht Engels auf die schnelle Industrieentwicklung aufmerksam und zeigt, wie der Börsenschwindel die herrschenden Klasse in den Wirbel der Spekulation gezogen hat. Die aus Frankreich eingeführte Korruption greife rasch um sich. Stoßberg, ein deutsch-jüdischer Financier, und Per, ein französisch-jüdischer Bankier, ziehen den Hut voreinander. Minister, Generäle, Fürsten und Grafen machen in Aktien, trotz der geriebensten Börsenjuden, und der Staat erkennt ihre Gleichheit an. Indem er die Börsenjuden massenweise baronisiert. Das Herausgreifen der jüdischen Spekulanten ist umso befremdlicher, als Engels nicht daran glaubte, dass die Börse die Lage der Arbeiter unmittelbar beeinflusse. Sie ändere nur die Verteilung des den Arbeitern bereits gestohlenen Mehrwerts, beschleunige aber die Konzentration der Kapitalien und sei daher ebenso revolutionär wie die Dampfmaschine. Engels war aus diesem Grunde auch gegen die Einführung einer Börsensteuer. Für mehrere Aufsätze von Engels aus dem Jahre 1848 muss der Jude als Lachobjekt herhalten. Dass Engels gegen jene Deutschen und Juden war, die die Provinz Posen germanisieren wollten, ist bei seiner Polenfreundschaft leicht verständlich. Dass die Ostjuden selbst unter den Juden in der Zeit manchmal unbeliebt und mit Spott überhauft wurden, ist bekannt. Damit war Engels sicherlich konfrontiert. Wenn er die Sprechweise der Posen der Juden verspottet, redet er allerdings unter seinem eigenen Niveau, was auch Silber nah dargestellt hat. Dazu dient Engels auch der Hinweis auf gewisse von den Antisemiten als typisch jüdisch bezeichneten Eigentümlichkeiten. In einer Polemik mit Fürst Lichnowski, der für die Germanisierungspolitik eintrat, schreibt Engels in einer Parodie auf Ernst Moritz Ahns »Was ist das deutschen Vaterland?« »Des Fürstenvaterland Reiche, soweit ein polnischer Jude Deutschkauder wälscht, auf Fucherleid, Münz und Gewicht verfälscht.« Wenige Jahre später behauptet er aber in einem für Marx geschriebenen Artikel, dass wenn die Juden in den westslawischen Ländern, also Polen, Böen, überhaupt zu einer Nationalität gehören, sie sicher eher Deutsche als Slaven sind. Und in Ungarn, wo die Deutschen trotz der beibehaltenen Sprache echte Magiaren seien, machen sich nur die Juden und Sachsen in Siebenbürgen eine Ausnahme und steifen sich auf die Behaltung einer absurden Nationalität mitten im fremden Lande. Später fragt sich Engels, ob die Juden überhaupt einer Nationalität angehören, wenn aber dann eher Deutsche als Slaven sind. Die mochte nun Engels ganz und gar nicht. Aber wir können aus dieser Zeit noch einiges zeigen, dass Richtung Antisemitismus geht, den er später dann ja revoziert. Engels zieht über die Juden dann im Briefwechsel mit Marx in der Zeit durchaus her. Nehmen wir mal einige Beispiele, die wir auch allesamt bei Silberner finden. Engels Briefwechsel mit Marx zeugt über alle Maßen von seiner Verachtung für die Juden. Zur Bezeichnung eines Juden gebraucht er neben dem Wort Jude Ausdrücke wie Jud oder Jid. Die jüdische Abstimmung des bekannten Revolutionärs Leo Frank wird mit Das Fränkelche ist das richtige Jidje umschrieben. Ein gewisser Leibel-Choras, über den nichts Näheres bekannt ist, wird verdammter alter Jud genannt. Manchmal bezeichnet Engels jemanden als Juden oder vergleicht ihn damit, einfach um ihn lächerlich zu machen. So in einem Brief ein Marx Zur Erheiterung schicke ich dir eine Broschüre des Straßburger Professors Geficken über Banken, die Utin gehört. Was das für gescheite Leid sind und zitieren immer nur ihre eigene Lausbande. Autoritäten wie Augsburg, wer hat je von dem Jud gehört, und den Grußen Adolf Wagner, von dem es heißt, gilt nicht mehr, der Tausvers Jontov, was soll gelten, zeter, zeter. Auch über jüdische Namen macht sich Engels lustig. Moses Hess nennt er einmal Mauses und an Marx schreibt er, in Paris ist ein Naturforscher aufgetaucht, der sich Schmule Fidel nennt. Schmulsohn. Das ja den Ephraim Gscheit, damit ist glassal gemeint, das schlägt ja den Ephraim Gscheit, auf jüdische Schriftsteller gibt Engels nicht viel. Alexander Weil sei zu sehr Jude, um unbezahlt zu schreiben. Von einigen österreichischen Schriftstellern sehr mäßiger Fähigkeit heißt es, sie wären mit jener besonderen Betriebsamkeit begabt, die der jüdischen Rasse eigen ist. Sigismund Borgheim sei ein reiner Jied im Fach der literarischen Eitelkeit. In seinem letzten Brief an Marx nennt Engels Adolf Heppner den bekannten sozialistischen Publizisten das kleine Jüdchen. Und die Verfolgung direkten praktischen Erwerbs sei eine allgemeine Charaktereigenschaft jüdischer Literaten. Besonders giftig wird Engels, wenn die Sprache auf Lassalle kommt. Er ist für ihn der läppische Jud oder Jüdelbraun, Ephraim, Ephraim Gscheit, Exzellenz-Ephraim Gscheit, reiner Ephraim Gscheit, Jakob Wieseltier, Itzig, der große Itzig und schon nach Lassalles Tod Itzig Selig und Baron Itzig. Wie bei Marx wäre es auch hier falsch, diese Ausdrucksweise bloß persönlicher Feindschaft zuzuschreiben. Diese verlieh zwar Engels Sprache einen besonders scharfen Ton, aber für den Freund von Marx repräsentierte Lassalle den Juden, und zwar den Ostjuden, den Engels nicht leiden konnte. Lassalle hätte zwar großes Talent, sei er aber als echter Jud von der slawischen Grenze immer auf dem Sprunge und der Parteivorwinden, jeden für seine Privatzwecke zu exploitieren. Dann diese Sucht, sich in die vornehme Welt einzudringen, deparvenier, wenn auch nur zum Schein, den schmierigen Breslauer Jud mit allerhand Pomade und Schminke zu übertünchen, waren immer widerwärtig. Lassalles jüdische Unverschämtheit wird ebenso angeprangert wie sein jüdischer Respekt vor dem momentanen Erfolg. Obwohl er politisch einer der bedeutendsten Kerle in Deutschland sei, bleibt er doch der polnische Schmul. Und das klingt aus Engels Mund umso abfälliger als ihm der polnische Jude noch 1890, als die Karikatur der Juden galt. Lassalles Judentum sei sogar an seinem tragischen Ende mit Schuld gewesen. Das konnte nur dem Lassalle passieren, bei dem sonderbaren Gemisch von Frivolität und Sentimentalität, Judentum und Chevaleres Duerei, das ihm ganz allein eigen war. Bei alledem klingt es etwas sonderbar, wenn Engels es hervorhebt, dass ein Antisemit wie Eugen Düring Lassalle unseren jüdischen Helden nennt. Also das waren alles Engels Zitate. Dass Marx tatsächlich mal in Bezug auf Lassalle von einem jüdischen Nigger sprach in einem Brief an Engels, ist ja bekannt. Der Grund allerdings war wohl auch Engels mehr Geld zu entlocken, denn Lassalle wollte ihm damals nichts leihen, obwohl er selbst gerade große Ausgaben gemacht hatte. Bei Marx jedenfalls fand man solche Äußerungen sonst nicht. War also ein Gefallen für Engels. Deswegen musste auch Marx keine Wände vollziehen, wie das Engels tat. Wir hatten ja schon den kruden Rassenantisemiten Eugen Düring dargestellt. Wie Hegel einst von Antisemiten seiner Zeit geschockt war und sich korrigierte, so finden wir Ähnliches auch bei Engels, der 1878, also später als alle anderen Äußerungen, die wir zitierten, eine Wende im Verhältnis zu den Juden zeitigt. Er veröffentlichte den Anti-Düring. Es könnte sein, dass man eigentlich nur unter Marxisten noch Düring überhaupt kennt, weil Engels mal eine Schrift über Düring verfasst hat. Eine durchaus polemische. Das war auch in einer Zeit, wo Engels dann eine Wende gegen den Antisemitismus das machte. Und ein anderer Hintergrund war ja, Marx wurde von seinem Briefpartner Arnold Ruge ja auch als Jude angegriffen, nachdem die Freundschaft beendet war. Da finden wir bei ihm auch die erste größere Distanzierung. Also in diesem Anti-Düring. Und selbst der bis ins lächerliche übertriebene Judenhass, den Herr Düring bei jeder Gelegenheit zur Schau trägt, ist eine, wo nicht spezifisch preußische, so doch spezifisch ostelbische Eigenschaft. Derselbe Wirklichkeitsphilosoph, der auf alle Vorurteile und Superstitionen souverän herabsieht, steckt selbst so tief in persönlichen Marotten, dass er das aus der Bigotterie des Mittelalters überkommene Volksvorteil gegen die Juden ein auf Naturgründen beruhendes Naturell nennt und sich bis zu der Pyramidalen Behauptung versteigt. Der Sozialismus ist die einzige Macht, welche Bevölkerungszuständen mit stärkerer jüdischer Untermischung Zustände mit jüdischer Untermischung welches Naturdeutsch die Spitze bieten kann. Genug. Die Großpralerei mit der juristischen Gelehrtheit hat zum Hintergrund im besten Falle die allerordinärsten Fachkenntnisse eines ganz gewöhnlichen altpreußischen Juristen. Also in den MEWs findet man das auf, Seite 104 im Band 20 oder Antitüren drin ist. Aber warum jetzt eigentlich eine Wende gegen die Juden bei Engels kritisiert? Das lag daran, dass Düring Marx nicht nur aus theoretischen Gründen angriff. Düring war ja ein ziemlich sonderlicher Sozialist, sondern vor allem aus rassischen Gründen. Wir haben die Auseinandersetzung von Bakonien mit Marx ja auch schon einmal beschrieben und auf diese bezieht sich nun auch der Hass von Eugen Düring. Silberner hat das ganz hübsch zusammengefasst. Um zu verstehen, was Engel veranlasste, den Antisemitismus gerade im Anti-Düring entgegenzutreten, sei daran erinnert, dass Düring ein Sozialist ganz eigener Sorte Marx nicht nur aus theoretischen, sondern auch aus rassischen Gründen angriff. Der Konflikt Marx-Bakonien war für ihn ein Ausdruck des Rassengegensatzes in der Internationale. Eine Warnung, dass sich die Emanzipation der Arbeit nicht nach Art einer Alliance Israelit bewerkstätigen lasse. Bakonins Widerwillen gegen das jüdische Blut und den deutschen Leersamkeitsbelast von Marx sei begreiflich. Man könne nicht den Verdacht ausschließen, dass der zähe Judaismus in ihm, also in Marx, trotz seiner eigenen Spötterei gegen einzelne jüdische Autoren nicht noch einige Rückständigkeiten konserviert haben sollte. Engels erwähnt keinen dieser Anwürfe. Er wollte für solche Hundskommunen Angriffe, die wohl dem Durchschnittsleser des Anti-Düring unbekannt waren, keine Reklame machen. Sie aber völlig tot zu schweigen, schien ihm bei Dürings Aggressivität nicht ratsam. So tut er den Angriff gegen Marx mit einer summarischen Verurteilung des Antisemitismus ab, was er für umso hinreichender hält, als er Düring an Unzurechnungsfähigkeit aus Größenwahn leiden lässt. In einem Brief an Marx spottet Engels über die drei Bätes Noir, die Düring verfolgen. Tabak, Katzen und Juden. Das war vielleicht so, als Engels dies schrieb, später aber war Düring, der 1877 von der Universität Berlin ausgeschlossen wurde, von einer anderen Dreieinigkeit fixer Ideen besessen, nämlich der der Professoren, Juden und Sozial- Judodemokraten, die er alle ohne Unterschied beschimpfte, wobei mit der Zeit seine Ausfälle immer gehässiger wurden. Marx und Lassalle hätten den Sozialismus herabgewürdigt. Marx habe alle Teile seines Systems der mosaischen Theorie entnommen und besitze die bekannte Unart seines Volkes, obwohl selbst von Judas Stammel jüdische Gegner in reiner doktrinäre Polemik mit ihrem Judentum aufzuziehen, um mit solchen Spottereien seine oder seiner Vorfahren Taufe würdig zu maskieren. So verleugnete er scheinbar sein eigenes Blut. Das hindere ihn aber nicht daran, seine internationale Sippschaft wesentlich mit den Abkömmlingen des Judas zu formieren und eine Art von Allianz Israelit zu schaffen. Die deutsche Sozialdemokratie sei im Grunde eine reaktionäre Sippe, die auf Knechtung und Ausbeutung des Volkes im Interesse der leitenden Juden und Judengenossen aus sei. Düring rief zum Kampf gegen die jüdische Rasse auf, die er für ausbeuterisch, verbrecherisch und unverbesserlich hielt. Zunächst empfahl er die strenge Absonderung, nicht aber Vernichtung der Juden. Später jedoch erklärte er, dass die Judenfrage nur durch Ertötung und Ausrottung gelöst werden könne. Auf diese erneuten Angriffe gegen Marx und Juden ging Engels nicht ein. Er sah darin gewiss nur noch ein Beweis für Dürings Unzurechnungsfähigkeit. Dass man Antisemiten immer nicht so ganz ernst nimmt, das war vielleicht im 19. Jahrhundert noch verständlich. Heute, wo wir auch über Hitler nicht mehr lachen können, dürfte das nicht mehr so ganz angebracht zu sein. Aber wenden wir uns mal dem Originalton Engels zu. Einige Jahre später schrieb Engels einen Brief an einen ungenannten Empfänger in Wien, den die Wiener Arbeiterzeitung Nummer 19 vom 9. Mai 1890 veröffentlichte. Möglicherweise handelte es sich um den bedeutenden österreichischen Sozialdemokraten Engelbert Pernisdorfer wie Axe Ermas vermutete. Der Brief ist gekennzeichnet von einer gewissen Naivität, die heute allerdings leider auch verbreitet ist, nämlich Antisemiten wenigstens die sich für Sozialisten halten, überzeugen zu wollen. Diese Naivität besitze ich allerdings heutzutage nicht mehr, was nützt ja nichts, wenn man über linken Antisemitismus schweigt. Er verbreitet sich dann noch mehr, deswegen gilt es dann doch nicht zu schweigen. Das, was Engels auch anführt, Antisemitismus der Linken oder Arbeiterbewegung seiner Zeit schadet, weil die besten Linken aus jüdischen Hause kommen, wie wir das ja an Mark sehen können und könnte ich hinzufügen später auch an Rosa Luxemburg, ist das eine, aber überhaupt kein gutes Argument, denn wenn das nicht der Fall wäre, also wenn es da nicht gute Juden gäbe, die der Arbeiterbewegung nützt, soll dann die Judenfeindschaft legitim sein. Ich meine, gerät da ja doch in den Verdacht, dass man dann Antisintismuskritik nur aus instrumentalistischen Gründen betreibt und das sollte man nicht tun, sondern weil man dagegen ist. Solche Auseinandersetzung kennen wir auch aus der heutigen Linken, die dann weil Auschwitz Antisemitismus diskreditiert hat, was dann auch ja zu einer Tabuisierung führte, sich an den Juden unter den Staaten Israel schadlos halten, wie sie meinen und nicht einmal annäherungsweise begreifen, dass sie damit auch alles über Bord werfen, weswegen so etwas wie eine Linke überhaupt eine Berechtigung hat. In diesem Brief, in dem erstmals eine Ablehnung von Antisemitismus auftaucht, schrieb nun Engels, das war im Jahre 1890, folgendes. Ob sie aber mit dem Antisemitismus nicht mehr Unglück als Gutes anrichten werden, muss ich ihnen zu Bedenken geben. Der Antisemitismus ist das Merkzeichen einer zurückgebliebenen Kultur und findet sich deshalb auch nur in Preußen und Österreich respektive Russland. Wenn man hier in England oder in Amerika Antisemitismus treiben wollte, so würde man einfach ausgelacht und Herr Dumont erregt in Paris mit seinen Schriften, die ein Geist, den der deutschen Antisemiten unendlich überlegen sind, doch nur ein bisschen wirkungslose Eintagssensation. Zudem muss er ja jetzt, da er als Staatsratskandidat auftritt, selbst sagen, er sei gegen das christliche Kapital ebenso sehr wie gegen das jüdische und Herr Drummond würde man lesen, wenn er auch die gegenteilige Meinung vertrete. Ja, was Engels hier in einem Leserbrief oder Brief an die Arbeiterzeitung schreibt, ist, gemessen an dem heutigen Forschungsstand, den er natürlich nicht hatte, tatsächlich auch selbst ein wenig naiv. Der Antisemitismus war ja in ganz Europa ziemlich verbreitet und in Frankreich kennen wir dann ja auch solche Dinge wie die Dreifuß-Affäre und so etwas. Also das ist alles, was da in dieses Jahrhundert fällt. Aber weiter im Text von Engels. Es ist in Preußen der Kleinadel, das Junkertum, das 10.000 Mark einnimmt und 20.000 Mark ausgibt und daher den Wucherern verfällt, das den Antisemitismus macht. Und in Preußen und Österreich ist es der dem Untergang durch die großkapitalistische Konkurrenz verfallene Kleinbürger, Zumpthandwerker und Kleinkrämer, der den Kur dabei bildet und mitschreit. Wenn aber das Kapital diese Klassen der Gesellschaft vernichtet, die durch und durch reaktionär sind, so tut es, was seines Amtes ist und tut ein gutes Werk. Einerlei, ob es nun semitisch oder arisch, beschnitten oder getauft ist, es hilft den zurückgebliebenen Preußen und Österreichern vorwärts, dass sie endlich auf den modernen Standpunkt kommen, wo alle alten gesellschaftlichen Unterschiede aufgehen, in den einen großen Gegensatz von Kapitalisten und Lohnarbeitern. Nur da, wo dies noch nicht der Fall, wo noch keine starke Kapitalisten-Klasse existiert, also auch noch keine starke Lohnarbeiter-Klasse, wo das Kapital noch zu schwach ist, sich der gesamten nationalen Produktion zu bemächtigen und daher die Effektenbörse zum Hauptschauplatz seiner Tätigkeit hat, wo also die Produktion noch nicht in den Händen von Bauern, Gutsherren, Handwerkern und ähnlichen aus dem Mittelalter überkommenden Klassen sich befindet. Nur da ist das Kapital vorzugsweise jüdisch und nur da gibt es Antisemitismus. Wenn wir ins 20. Jahrhundert blicken, dürften wir dann eher etwas erschrecken, dass es Antisemitismus nur dort gibt, wo es Kapital gibt. Aber wir haben ja gesehen, wenn man die Marxischen Gedanken verwendet im Sinne von Moshe Poston oder Stefan Kriegert, also alles Leute, die die Marxische Wertform Analyse und vor allen Dingen den Begriff des wahren Fetischismus verwenden, um Antisemitismus zu erklären, da zeigt sich ja, dass tatsächlich der Antisemitismus in Anspruch einer Welterklärung hat, noch doch etwas mehr ist, allerdings genau dort immer einsetzt, wo die unbegriffenen Momente der kapitalistischen Vija Moderna sich befinden, wo man dann Systemeigenschaften nicht mehr begreift, weil man keinen dafür schuldig machen kann, macht man dann doch jemanden schuldig, nämlich wie das Lied, das wir am Anfang gehört haben, der Jude ist an allem schuld, nicht? Also man macht den Juden schuldig. In ganz Nordamerika schreibt Engels dann weiter, wo es Millionäre gibt, deren Reichtum sich in unseren lumpigen Mark, Gulden oder Franken kaum ausdrücken lässt, ist unter diesen Millionären nicht ein einziger Jude. Und die Rothschilds sind wahre Bettler gegen diese Amerikaner. Und selbst hier in England ist Rothschild ein Mann von bescheidenen Mitteln, zum Beispiel gegenüber dem Herzog von Westminster. Selbst bei uns am Rhein, die wir mithilfe der Franzosen den Adel vor 95 Jahren zum Land hinaus gejagt und uns eine moderne Industrie geschaffen haben, wo sind da die Juden? Hier hat Engels tatsächlich mal nachgedacht und sozusagen kritische Studien, wie er das ja von Anfang an eigentlich immer getan hatte betrieben mit den reichen Juden ist das eben halt so eine Sache nicht dieselben Stereotypen, dieselben Ressentiments die wir heute auf diesen Waren machen, die ja auch mittlerweile etwas weniger geworden sind, aber immer noch stattfinden. Da wird ja auch immer wieder von den Rothschilds und anderen Bankern und von immer jüdischen Gruppen schwadroniert. dass allerdings die wirkliche Welt das überhaupt gar nicht bestätigt, was sie gerne bestätigt wissen wollen, das sollte man ja auch wissen, also das kann man dann hier immerhin schon von Engels dann entnehmen. Man muss ihm ja auch zugute halten, dass er da seine eigenen Auffassungen nach und nach korrigiert, wenn auch die Gründe nicht immer überzeugen, hat er dann doch in eine andere Richtung gewirkt. Sein Begriff des Antisemitismus ist allerdings einer, der das also als atavistisch archaisch erklärt. Er schreibt dann weiter in diesem Brief Der Antisemitismus ist also nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht und dient daher nur reaktionären Zwecken und scheinbar sozialistischem Deckmantel. Er ist eine Abart des feudalen Sozialismus und damit können wir nichts zu schaffen haben. Ist er in einem Lande möglich, so ist das ein Beweis, dass dort noch nicht genug Kapital existiert. Kapital und Lohnarbeit sind heute untrennbar. Je stärker das Kapital, desto stärker auch die Lohnarbeiterklasse, desto näher also das Ende der Kapitalistenherrschaft. Uns Deutschen, wozu ich auch die Wiener rechne, wünsche ich also recht flotte Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft, keineswegs deren Versumpfen im Stillstand. Also der Antisemitismus als Reaktion mittelalterlicher untergehender Gesellschaftsschichten ist aus unserer heutigen Perspektive überhaupt gar nicht ein wirkliches Erklärungsmodell gewesen. Obwohl der Antisemitismus ist ja vornehmlich also eher bedrohten Mittelschichten eigentlich aufwächst und der moderne Antisemitismus der zu dieser Zeit wo Engels das geschrieben hat den Mittelalterlichen ja gerade modifiziert hat verändert hat transform transformiert hat es war Antisemitismus der wie man es bei Wilma leicht und kurz lesen kann etwas was doch eher modern war und Wilma hat sogar alle Verfolgung aus religiösen Gründen abgelehnt das hängt auch damit zusammen das ja zeitweilig da also der Antisemitismus auf religiös begriffen wurde dass der Antisemitismus ein Welterklärungsmodell ist das schwingt aber trotzdem dann da Engelsdorn doch ein bisschen mit noch er schreibt nämlich dazu kommt dass der Antisemitismus die ganze Sachlage verfälscht er kennt nicht einmal die Juden die er niederschreit sonst würde er wissen dass hier in England und in Amerika dank den osteuropäischen Antisemiten und in der Türkei dank der spanischen Inquisition es tausende und abertausende jüdische Proletarier gibt und zwar sind diese jüdischen Arbeiter die am schlimmsten ausgebeuteten und die aller elendsten wir haben hier in England in den letzten zwölf Monaten drei Streiks jüdischer Arbeiter gehabt und da sollen wir Antisemitismus treiben als Kampf gegen das Kapital das ist immerhin ein Argument in bestimmten Kreisen ein universelles natürlich nicht außerdem verdenken wir schreibt er weiter den Juden viel zu viel von Heine und Börne zu schweigen war Marx von stockjüdischem Blut La Salva Jude Viele unserer besten Leute sind Juden Mein Freund Viktor Adler der jetzt seine Hingebung für die Sache des Proletariats im Gefängnis in Wien abbüßt Eduard Bernstein der Redakteur des Londoner Sozialdemokrat Paul Singer einer unserer besten Reichstagsmänner Leute auf deren freundschaftlich stolz bin und alles Juden bin ich doch selbst von der Gartenlaube zum Juden gemacht worden und allerdings wenn ich wählen müsste dann lieber Jude als Herr von worauf das sich bezieht hatten wir schon des öfteren mal erwähnt also diese berühmte Gartenlaube das war also das was man heute noch in Arztpraxen da ausliegen sieht zum Lesen für die Patienten solche Zeitschriften die von Hausfrauen traditioneller Art gelesen werden so eine diese Gartenlaube hatte eine Serie von antisemitischen Artikel von einem Herrn Otto von Glagau deswegen die Anspielung mit von der hat da über den Gründungsschwindel geschrieben nicht dieser das muss man nochmal erwähnen damit man das nicht vergisst also dieser Gründungsschwindel also die kapitalistischen Gründer seiner Zeit in Deutschland die wurden also es wurde suggeriert das seien alles Juden was zwar nicht stimmte aber man erwähnte nur wenn jüdische Namen genannt werden oder es wurde dann immer nur erwähnt dass jemand der Gründer war Jude war dass die meisten dann Christen waren das wurde dann schlechtweg einfach ausgelassen eine kluge Taktik wenn man sich dann irgendwie später rausreden will nicht und dieser Brief war in London am 19. April 1890 geschrieben worden ich kann auch die Quelle also bei den MEWs haben wir das in Bann 22 auf Seite 49 bis 51 etwa Engels hatte schon 1852 die Juden nicht bloß im Sinne einer Konfession betrachtet ihm musste also schon bewusst sein dass dies bei den Juden eine nur temporäre Sache war sondern erzählte sie zum Beispiel in Hinsicht von Österreich neben Italienern und Böhmen auf als kleine Nationen auf der anderen Seite erwähnt er soviel ich weiß nirgends Moses Hess Rom und Jerusalem das liegt auch mag auch dann liegen dass diese Schrift erst nach dem Bruch von Friedrich Engels mit Hess erschienen war allgemein hielt er am nationalistischen Schwellen Prinzip fest und war daher auch gegen kleine Staaten und Nationen eingestellt also aus aus der Geschichte des Nationalismus kann man erkennen dass im 19. Jahrhundert das Schwellenprinzip eine Rolle spielt also Nationen sollten eine bestimmte Größe haben was den Staat angeht und also nicht zu klein sein also so etwas wie Separatismus was wir heute kennen das wurde von den Nationalisten des 19. Jahrhunderts also nicht akzeptiert das hätte man für irrational gehalten und auch Engels war beeinflusst also von nationalistischen 19. Jahrhundert später war dann ja Rosa Luxemburg dann die klügere in dieser Hinsicht aber das spielt in diesem Kontext jetzt nicht so die große Rolle darauf werden wir dann bei Luxemburg noch kommen Eugen Düring besaß in Deutschland und Russland gerade unter Sozialisten eine gewisse Popularität nicht das war auch der Grund weswegen Engels sich überhaupt mit ihm befasste insbesondere in den Jahren zwischen 1875 und 1879 also die Zeit wo der Antisemitismus sagen ein Hoch hatte wir hatten ja auch schon erwähnt dass es auch schon bei Konservativen also im streckten Sinne also dem Adel Angehörigen Parteien oder konservativen Parteien eine Rolle spielte und dass das dies alles ein bisschen früher war aber dass diese Art von Antisemitismus die jetzt da bei Eugen Düring und Konsorten Otto Klagau und wen auch immer Wermar da auftauchte der hatte also auch unter linken oder sozialisten kommunisten anarchisten eine gewisse Rolle gespielt und war durchaus populär das war also der Grund weswegen Engels sich dagegen wandte das sollte man wissen deshalb griff er auch den Antisemitismus auch wohl nur in Toto an nicht nur bestimmte Antisemiten es ist noch ein biografisches Datei ist auch der Tochter von Karl Marx Iliano Marx Aveling Spitzname Tussi die wie Engels in der Zeit als London ein Zentrum jüdischer Einwanderung war dort lebte die jüdische Arbeiterbewegung war dort stark und Engels regte an dass sie doch in diese Arbeiter Viertel gehen solle und sie war in jüdischen Clubs von Sozialisten oft zu sehen sie begannen reden oft mit wir Juden sind besonders verpflichtet für die Arbeiterklasse zu arbeiten von Bernstein ist überliefert dass sie ihre Ansprachen mit ich bin eine Jüdin begann und die Sympathie aber nicht bei den protestantischen Arbeitern aufhörte Silberner betont das auch schreibt und die Arbeiter mit den Worten ich bin eine Jüdin begann und dass ihre Sympathie nicht bei den jüdischen Proletarian endete wo der Jude unterdrückt war da ließ sie sich nicht durch das tief in ihre Seele ausgeprägte proletarische Klassengefühl beirren da erwärmte sie sich für den Unterdrückten ohne Rücksicht auf die Klassenstellung in einem Gespräch mit Chaim Tivarski bezeichnete Bernstein sie als fast zionistisch sie übersetzte auch Reuben Sachs ein Roman aus dem Leben der Juden in der London City den ihre Freundin Amie Levi 1888 veröffentlicht hatte aus dem Englischen ins Deutsche im Jahre 1894 sagte sie zu Max Beer von dem haben wir auch eine Geschichte der Religion und so etwas zu lesen bekommen von meiner Familie bin ich die einzige die sich zu den Juden besonders zu den sozialistisch Gesinnten hingezogen fühlt meine glücklichsten Stunden habe ich im East End zwischen den jüdischen Arbeitsmenschen man darf annehmen dass ihr ja nur mit den häufigen Hinweisen auf ihre jüdische Abkunft und den Erzählungen von ihren Erlebnissen bei den jüdischen Arbeitern Engels Aufmerksamkeit auf die Juden lenkte und so direkt oder indirekt zu seiner Wandlung hinsichtlich der jüdischen Frage beitrug das war allerdings nicht das einzige Motiv von Engels denn die antisemitische Agitation hatte spätestens zum Ende der 70er Jahre einen Höhepunkt erreicht in Österreich agitierte Lüger oder Lüger das würde ja passen bei den Großdeutschen war es Georg von Schönerer Engels musste begreifen dass der Antisemitismus ein wesentlicher Gegenspieler gegen die damalige Sozialdemokratie war auch die Armut der jüdischen Arbeiter in Londons Elendsviertel konnte ihm nicht entgangen sein jedenfalls war Engels nicht so dämlich wie die deutsche Sozialdemokratie die noch auf dem Kölner Parteitag 1893 dem Antisemitismus trotz Wissendrom dass er reaktionär sei eine revolutionäre Funktion zuerkannte wir werden das nächste Mal dann nochmal etwas über Marx noch machen nämlich über das jüdische Erbe von Marx da gibt es einen dicken Schinken von einem Österreicher den ich da noch verwenden werde es das das war